Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich habe seit ein paar Tagen starke Kopfschmerzen und fühle mich allgemein nicht wohl. Verstehe. Können Sie mir bitte näher beschreiben, wie die Kopfschmerzen sich anfühlen? Die Schmerzen sind pochend und befinden sich meistens auf der rechten Seite meines Kopfes. Manchmal wird mir auch schwindelig. Okay, das klingt unangenehm. Haben Sie sonst noch andere Symptome bemerkt? Ja, ich fühle mich oft müde und habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Haben Sie in letzter Zeit etwas Bestimmtes unternommen, das diese Symptome ausgelöst haben könnte? Zum Beispiel eine Verletzung oder eine große körperliche Anstrengung? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe keinen Sport gemacht und auch keine Verletzung erlitten. Gut. Ich werde eine gründliche Untersuchung durchführen, um die Ursache Ihrer Beschwerden festzustellen. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen raten, ausreichend zu schlafen und zu versuchen, Stress zu vermeiden. Vielen Dank. Gibt es etwas, das ich tun kann, um die Kopfschmerzen zu lindern? Sie können es mit einer leichten Schmerztablette versuchen. Aber bitte beachten Sie die Dosierungsempfehlungen auf der Verpackung. Versuchen Sie auch, in einer ruhigen Umgebung zu entspannen und genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das werde ich tun. Gibt es noch etwas, auf das ich achten sollte? Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder neue Symptome auftreten, sollten Sie sofort wieder zu mir kommen. Ansonsten können wir bei Ihrem nächsten Termin über weitere Schritte sprechen, falls nötig. Verstanden. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Zögern Sie nicht, bei Fragen oder Problemen erneut Kontakt aufzunehmen. Das werde ich tun. Nochmals vielen Dank. Guten Tag. Hier spricht Dr. Schmidt. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Dr. Schmidt. Mein Name ist Lisa Meier. Ich habe seit einigen Tagen Bauchschmerzen und fühle mich allgemein unwohl. Verstehe, Frau Meier. Können Sie mir sagen, wie stark die Bauchschmerzen sind und wo genau sie auftreten? Die Bauchschmerzen sind ziemlich stark und treten hauptsächlich im Bereich meines Magens auf. Haben Sie noch andere Symptome wie Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall? Nein. Diese Symptome habe ich zum Glück nicht. Es sind nur die Bauchschmerzen und das allgemeine Unwohlsein. Gut. Danke für die Informationen. Haben Sie in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches gegessen oder gab es Veränderungen in Ihrer Ernährung? Nicht wirklich. Ich habe meine normale Ernährung beibehalten und nichts Außergewöhnliches gegessen. Okay. Ich würde Ihnen empfehlen, vorübergehend auf schweres oder fettiges Essen zu verzichten und stattdessen leichte, gut verdauliche Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Außerdem können Sie versuchen, eine Wärmflasche auf Ihren Bauch aufzulegen, um die Schmerzen zu lindern. Wenn die Beschwerden in den nächsten Tagen anhalten oder schlimmer werden, sollten Sie einen Termin in meiner Praxis vereinbaren. Verstanden, Dr. Schmidt. Vielen Dank für Ihre Ratschläge. Ich werde das befolgen und bei Bedarf einen Termin vereinbaren. Gern geschehen, Frau Mayer. Ich hoffe, es geht Ihnen bald besser. Zögern Sie nicht, sich bei weiteren Fragen oder Problemen erneut bei mir zu melden. Das werde ich machen. Nochmals vielen Dank, Dr. Schmidt. Bitteschön, Frau Mayer. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und eine schnelle Genesung. Ihnen auch einen schönen Tag. Auf Wiederhören, Dr. Schmidt. Auf Wiederhören, Frau Mayer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017